Ho, 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 meine Regentiere. UX Charlie ist an diesem 1. Dezember gekommen, um euch eine frohe Botschaft zu verkünden. Hast du da etwa einen Kratzer? Hast du einen Kratzer? Und Leute, ich nehm's jetzt schon mal vorweg, das hier ist nicht das einzige Video, was in diesem Monat im Dezember kommen wird. Im Gegensatz zu den letzten Monaten. Hast du da etwa einen Kratzer? Let's go. The Counterintelligence Air Force Observe. Ne? Okay. Auf eurer Wunschliste vom Weihnachtsmann steht ganz oben drauf, UX Charlie soll gammelige Daily Uploads machen? Tja, Freunde, Überraschung. Der gute Weihnachtsmann hat euch gammelige Standard Daily Uploads wie bei den anderen großen YouTubern auch mitgebracht. Also ja, Leute, es gibt nen Video Adventskalender von UX Charlie. Und er ist komplett kostenlos. Oh. Hier sind ja wieder alle. Ihr seid alle zu meiner Weihnachtsfeier gekommen. Road to E-Sportler. Da hat jemand das Stylers Tutorial geguckt. Halleluja. Also hoffe ich, dass ihr da draußen euch jetzt in der Adventszeit schön nach dem Aufstehen nochmal in eure Decke kuscheln könnt, nen leckeren Biculatius-Zimt-Tee schlürft und den wunderschönen Weihnachtsgeschichten von eurem UX Charlie lauschen könnt. Oh, du fucking... Vielleicht denkt ihr euch dann sogar, boah, ich schaue jetzt jeden Tag die neuen Videos von UX Charlie und ich muss noch so viel Geld bei Amazon für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Gibt's da bloß irgendwie ne Möglichkeit, UX Charlie kostenlos zu unterstützen? Beim Fest der Nächstenliebe. Boah, hätte UX Charlie da jetzt bloß in der Videobeschreibung ganz oben nen Amazon Affiliate-Link, auf den ich einfach raufklicken könnte und dann einfach immer die ganzen Geschenke, die ich bestellen möchte, darüber bestellen möchte, damit UX Charlie so ne kleine Provision bekommt von Amazon, ohne dass es nicht mehr kostet. Heute ist euer Glückstag. Confirm. Meine Fresse, du kostet euch. Hey, nicht so, nicht in meinem Adventskalender. Schaut doch jetzt mal ganz oben die Videobeschreibung vorbei und vielleicht hat UX Charlie euch da so ein kleines Geschenk hinterlassen. Was für Videos werden euch denn jetzt überhaupt nen Weihnachtskalender erwarten? Ich hab mir nämlich so ein kleines Konzept für den Weihnachtskalender... Boah. Ich hab mir nämlich so ein kleines Konzept für den Weihnachtskalender überlegt und zwar, da werde ich jeden zweiten oder jeden Tag ein Eins-gegen-Eins mit einem Spezialgast auf diesem Kanal hochladen. Ja, ja. Seht ihr's? Seht ihr's? Supply Drop. Supply Drop. Das Fest der Liebe. Zwar handelt es sich bei den Gästen um ganz verschiedene Leute. Einmal so YouTuber, mit denen ich cool bin und mit denen ich schon immer mal irgendwie ein Video machen wollte, aber es halt nie irgendwie gepasst hat oder ich halt nie irgendwie den Sinn hatte, irgendwie ein Video mit denen zu machen. Und so mach ich das jetzt einfach mal. Einfach, weil ich schon immer darauf Bock hatte. Ich werde auch gegen Personen spielen, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt, aber es sind trotzdem unglaublich interessante Persönlichkeiten, mit denen ich irgendwie auch irgendwie was verbinde, kann man sagen. Also auch wenn ihr die Leute nicht kennt im Thumbnail oder wenn es im Titel steht oder so, klickt trotzdem unbedingt mal auf das Video drauf, weil ich hab nur Leute eingeladen, die wirklich interessante Persönlichkeiten sind. Das sind alles harte Jungs, die ich eingeladen habe. Die würden alle in den salzigen Spucken abgehen bei Spongebob. Es waren Leute aus der E-Sport-Szene dabei, sind Leute von UX, Leute aus der Public-Szene und vielleicht auch noch Abonnenten, falls ich keine Gäste ranbekomme. Also folgt mir unbedingt auf Snapchat, z.charsen, weil da werde ich dann posten, falls ich keinen Gast für den Tag bekomme, ja. Und dann müsst ihr ganz schnell sein, damit ihr ein Video mit mir aufnehmen könnt, ja. So machen wir das, so machen wir das, Leute. Es wird eine Art großes UX-Charlie-Freundebuch. Gegen Heiligabend werden auch immer interessante Gäste wahrscheinlich bei euch kommen, also für mich sind die alle interessant, aber gegen Heiligabend werden dann immer... immer famere Motherfucker kommen. Der Adventskalender steigert sich ab. Ich hoffe, dass das große 1 gegen 1 am Heiligabend klappen wird, aber das ist halt noch nicht safe, das ist noch nicht bestätigt, aber ich hab auch sonst noch einen richtig geilen Ersatz, dass der ansonsten am Tag davor kommt oder nah mal guckt. Aber wenn das an Heiligabend klappt, für mich persönlich, einfach die Aufnahme wird extrem fett. Und ich möchte damit nicht darauf anspielen, dass ich in der letzten Zeit sehr viel, sehr viel zugelegt habe. Auch Leute, es ist Weihnachtszeit. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie viele 101 ich, eurer Meinung nach, gewinnen werde. Gegen die ganzen Leute, ja. Der Gewinner, ja. Schreibt das mal, vermutet mal, jeder vermutet jetzt mal was in die Kommentare, ja. Und derjenige, der das Kommentar als erstes gepostet hat und am nächsten dran ist, der bekommt irgendwas, der bekommt irgendwas Kleines, ja. Irgendwas Kleines. Mehr als eins. Mehr als zwei. Mehr als drei. Vielleicht mit diesem Videoadventskalender einfach so ein bisschen ausgleichen, dafür, dass ich in den letzten drei Monaten relativ wenig auf YouTube gemacht habe. Also was halt wenig auf YouTube gemacht hat. Ich mache mittlerweile halt viel für UX, was Organisatorisches angeht auf YouTube. Und deswegen, ja, habe ich halt relativ wenig für meinen Channel in den letzten drei Monaten gemacht, leider. Und das hier ist nämlich so ein kleines Geschenk an euch da draußen. An euch da draußen. Die die ganze Zeit da sind. Für mich. Ich beschäftige mich nämlich gerade in der Uni mit sehr vielen anderen Sachen, die auch ganz schön interessant sind. Beispielsweise mit diesem Text hier. Dimension strukturaler Medienbildung. Das bedeutet, dass Reflexion für den einzelnen Menschen dann an Bedeutung gewinnt, wenn vertraute soziale Kontexte immer weniger zur Verfügung stehen und wenn die Geschwindigkeit der sozialen und biografischen Veränderungen immer größer wird. Die neue Qualität von Bildungsprozessen in der Gegenwart besteht vor diesem Hintergrund darin, dass alle elementaren Lebensentscheidungen reflexiv an die Biografie rückgebunden werden und durch soziale Kontexte und Gemeinschaften nur noch bedingt aufgefangen und getragen werden. Lasst ein Like da. Lasst ein Like da für den Adventskalender. Schreibt auch mal in die Kommentare, was ja in eurem ersten Türchen drin war, in eurem Adventskalender zu Hause. Ich hoffe, keine roten Haare. Und dieser Song geht an den Gast, den ihr morgen sehen werdet.